Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Yonda, der Cloudcatcher Chronicles. Wir haben wieder einmal Halloween überstanden und ich möchte heute noch ein bisschen was basteln für die Gilde der Brauer. Ganz ehrlich gesagt und das würde ich sagen, machen wir auch gleich. So, da stellen wir noch ein bisschen von dem Brauer Set her, ein bisschen viel sogar, um ehrlich zu sein. Es ist nicht unbedingt das, was ich gerne wollte, aber diese Tontöpfe, ich weiß gar nicht, wo ich, kann ich mich jetzt so verdrücken? Ich weiß gar nicht, wie ich Tontöpfe oder wer Tontöpfe herstellen kann. Ich vermute, dass es der Bastler sein wird. Die Gilde habe ich noch nicht gefunden. Schneider, weil Konstrukteur kann nur ein Stein, ne? Schreiner ist klar, nur Holz und der Koch kann auch keine Tontöpfe herstellen. Ich glaube, das wird tatsächlich der Bastler, äh, genau, die Bastler-Gilde sein, aber ich die herkriege, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung noch. Jetzt stellen wir mal mit der Ruhe diese Brauer Set her. Ja, einige davon wird sich nicht ausgehen auf dem Tausender, fürchte ich. Da fehlen noch ein Haufen Lianen und Steine und ja. Ja, das heißt, wir werden noch sehr lange und sehr viel, oh doch, wir haben es geschafft, super. Wir werden noch sehr lange und sehr viel Zeit damit verbringen, Steine zu sammeln. Ja, brauchen wir doch einen Haufen für unsere Steinbrücken, die wir noch zusammenschustern wollen. Ja, das heißt, wir gehen auf Steinjagd. Zack, zack, zack. Zum Glück sporen sie auch recht brav. Somit wird uns das nicht ausgehen. So. So. Ah ja, questbedingt. Warte mal kurz. Was haben wir denn? Also, die Brauer, Brauermeister, kann ich gleich direkt abgeben, wenn ich möchte. Der war im Zittertal, ne? In der Nähe von unserem. Könnte ich eigentlich gleich abgeben. Könnte ich gleich abgeben, wäre wurscht. Glaube ich. Dann müssen wir auch noch schauen, dass wir die Kurzwaren hier zusammenbringen. Dann können wir wieder neue Quests annehmen. Ja, weißt du was, machen wir das so. Äh, Reiseknoten. Äh, was mache ich denn da? Ich wollte das aktivieren. So. Zum Zitterhof. Und dann gehen wir schnell das ab. Und dann sammeln wir weiter Stein. Und dann schauen wir, dass wir Kurzwaren zusammenbringen. Ja. Und so weiter. Dann wäre es auch gut und schön. Hier werden wir aber, glaube ich, nicht aus Stein die Sachen bauen. Hätte ich. Moment. Hätte ich. Wollte gerade schauen. Ich habe vergessen, den Regenschirm zu kaufen, ne? Schlau, 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 schlau. Ich habe nicht zufällig einen Regenschirm dabei. Nein. 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 Gut. Schön. Äh. Ja. Okay. Dann legen wir mal unsere Sachen, die wir nicht brauchen, dorthin. Ich würde sagen, ja. Lass mal wieder Platz haben. So, so. So. Das sind wieder Geräusche hier, ne? So. Jetzt müssen wir wieder Platz haben. Was ist? Das hört sich an, als wenn dann ein Tier sterben wird. Oh, der Bingoin ist süß. Na du. So. Gut. Da sehe ich etwas Ton. Den nehmen wir gleich mit. Dann... Hier nehme ich noch schnell mit. Äh, nein. So. Schnell ändern, bevor ich mich wieder verdrücke. Und mich irgendwo hinbohrte, wo ich nicht hin möchte. So. So. Ja. Dann müssen wir hier lang. Richtig. So, da lang. Und dann gehen wir die Quest bei die Brauer ab. Und... Ja, dann geht es auch schon wieder weiter, ne? Da habe ich... Da habe ich da auch wirklich die richtige... Waren die nicht dort? Sicher mit die Raketen. Das passt schon. Bin gerade etwas verwirrt. Das war schon hier, ne? Das schaut gerade so anders aus. Wahrscheinlich, weil gerade nicht Winter ist offiziell, sondern erst Herbst. Schaut auch hier das Gebiet etwas freundlicher aus. Oder ich habe es einfach vergessen, weil wir meistens nachts durch die Gegend laufen. Ich glaube, das wird es sein. So. So. Tapsl, 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 tapsl. So. Servus. Gnädiger Herr. Hallo. Gut gemacht. Du hast als Brauer die Künste der Berufsbetreuung und Gülle gemeistert. So. Jetzt hau ab. Meister Abzeichen. Brauer Gilde. Hurra. Hippi. Hurra. So. Jetzt fehlt nur noch eine Gilde. Mal schauen, ob ich die noch irgendwann anfinde. So. Wir brauchen eine neue Quiste. Was bei Regen trocken hält, ich fürchte, da muss ich mich jetzt wieder porten. Vorher möchte ich aber noch was herstellen. Noch einen Reiseknoten. Ja. Das ist gut, bevor ich gar keine Ideen mehr habe. So. Dann wieder normalerweise hier hin. Und rüber laufen. Ich hätte gleich sollen den Schirm kaufen. Ich trottel. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, ob ich einen Schirm gehabt hätte. Egal. Borten wir uns mal weg. Können wir da Steine kloppen unterwegs. Immer dieselbe Leier. So. Ernten tue ich jetzt mal nix. Ja, Stein. Sehr gut. Sehr gut. Immer her mit Steinchen. Und zack. So. Hervorragend. Gut, gut. Da haben wir auch noch eins. Zack, zack. Und bam. Sehr, sehr gut. Da ist noch ein Einzelner. Halt. Voll vorbeigelaufen. Ah, es wird schon mal dunkel. Bam. Steinchen, bleib bei mir. So, das wird erstmal mit den Steinen hier mal momentan. So. Tapsel, 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 tapsel. Da haben wir noch einen Stein. Bam. Zack. Sehr gut. Ja, stimmt. Lianenzeug sollte ich auch gleich aufheben. So. Und weiter im Text. Dann, 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 dann. So, irgendwie darüber. So, da haben wir wieder ein Steinchen. Sehr gut. Zack. Zack. Und bam. Sehr gut. Da drüben haben wir nochmal eins. Ja, ist ein bisschen lästig, ne? Das Sammeln. Aber das gehört zum Spiel dazu. Bam. Nebenbei erfüllen wir eh, Gott sei Dank. Die eine oder andere Quest. Dann ist ein bisschen Abwechslung. Aber ist halt so. Was muss, das muss. Da fällt mir gerade ein, dass uns das Ding hier, glaube ich, in die vollkommen falsche Richtung führt. Weil zuerst wollte ich hier ein Schirmchen kaufen, ne? Da führt uns gleich schon zum Questgeber. Und das ist ein Wengerle zu früh. Das ist ein bisschen zu früh. Äh. So. Das ist ein bisschen zu früh. Darüber muss ich, genau. So. Jetzt schauen wir mal. Da gibt's noch ein Steinchen. Da ist noch eins. Zack. Da haben wir noch eins. Wenigstens gibt's vereinzelt welche, ne? Muss man schon zufrieden sein. So. Ich trottel voll auf den Schirm vergessen. Aber ich glaube, ich hätte eh keinen Platz mehr gehabt im Rucksack. Also musste ich eh ausleeren. So. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So. Steinchen, Steinchen, wo seid ihr? Immer her. Immer mehr. Steinchen, Steinchen. Ach, wie fein. So, und noch eine Liane dazu. Ja. Schön. Haben wir schon. Ich drücke immer falsch. Immer. Habe ich jetzt schon ein bisschen was? Damit ich wieder was bauen darf. Wo sind sie denn, die Steine? Ja, 50 hätte ich. Okay. Okay. Können wir eventuell mit ein bisschen Glück wieder eine Säule bauen oder so? So. Jetzt sind wir da. Hoppala. Bin gerade am Mikro angestoßen, weil ich gerade mich kratzen wollte. da ist jetzt die Dame und ich musste irgendwie zwischen runter, nach Möglichkeit. So, da. So. Und da herrüben. So. Hast du einen Regenschirm? Weil ich glaube mal, dass die Dame das gern hätte. Ich sehe hier nur einen Regenschirm. Ah, Regenschirm. Regenmantel. Hm. Den wollte sie ja aber nicht, oder? Da erinnere ich mich schon noch richtig, ne? Aber so einen Regenschirm gibt es nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, ob ich sowas selber herstellen kann. Ich kauf dann jetzt einfach. Ich kauf dann jetzt einfach, weil wir haben eh mehr als genug Zeug. Das tut glaube ich jetzt nicht weh. Da fällt mir ein, kurz wann könnte ich auch gleich mitnehmen. Ja. Dann brauche ich selber nicht so viel herstellen. Ich nehme auch gleich einen Stoff mit. Hat die gnädige Frau Tontöpfe? Hat sie leider nicht. Nein. Aber ist ja wurscht. So. Wichtig sind die Kurzwaren. Was haben wir hier noch? Das war ein Kochset. Das brauchen wir nicht. Tierhaut. Garn. Ich nehme Garn. Garn nehme ich auch noch mit. Weil ich mir denke, somit kann ich vielleicht noch was bauen. So. Wo sind die roten Beeren? Habe ich irgendwo ein Angebrauchtes? Genau. Dann nehmen wir mal die ganzen 23. Warte. Das ist zu viel. Ich bin doof. Entschuldigung. Nein. Das stimmt natürlich nicht. Ich muss die hier nehmen. Die Stöckchen. Genau. Weil die sind ja eines wert. So. Weil die anderen sind ja mehr wert. Dann mache ich es eigentlich mit dem gleich voll, ne? Mit dem Holz. Da brauche ich jetzt noch drei. So. Passt. Dann hätten wir das auch schon mal. Dann. Na. Das Basteln, Küchen, Schreiner, Konstrukteur, Basteln, Schneider. So. Schneider-Set. Na. Diese Kurzwarn. Die da. Da brauche ich Spitzenfisch. Aha. Ah, wenn ich gerade beim Schneider bin. Na. Kopftuch. Lederstreifen. Einfacher Kittel. Spielzeug-Katze. Runterranzen. Es ist irgendwie nichts bis auf den Regenmantel. Wo man sagen kann, er schützt vor Regen, oder? Die blöde Kuh soll sich nicht so anstellen, ehrlich. Ich soll sich nicht so anstellen und das gefälligst nehmen. Stimmt, ein neues, einen neuen Geist wollte ich ja auch ausprobieren, ne? Also, wechseln mal. Ähm. Keine Ahnung, wen nehmen wir denn da? Nehmen wir den da. Verängstigt. Macht nichts. Habe ich den jetzt ausgewählt? Einmal mit Profis. Hat es ihn gehauen? Ich hoffe. Wo war er denn jetzt? Ähm. Hallo? Da. Ja. Schaut aus. Ich habe auf... Ah da. Abwählen. Na, das passt. Gut. Ähm. Passt schon. Ich habe jetzt immer gedacht gehabt, dass sich, äh, die Schrift verfärbt. So. Bring's bei Polly vorbei. Wo waren die eigentlich? Ich meine, es wäre wurscht. Ich könnte zu Fuß hinlaufen. Aber ich... Warte. Ich glaube, ich gönne mir... Ich gönne mir, glaube ich, den Port, ähm, zu unserem Hof. Ich habe ganz vergessen, wo die war. Egal. Wir müssen eh noch Steine suchen. Es ist ja wurscht. So. Passt. Das zu dem. So. Kann ich. Das wollte ich auch noch schauen. Schnell. Ach. So viel zu tun, ne? Genau. Die Reiseknoten wollte ich noch ein paar basteln. So. Das passt genau. Haben wir wieder drei, glaube ich. Sehr gut. So. Den Hammer. Hammer da. So. Und weiter brav Steine suchen. Huch. Da ist noch eine Falle. Oh. Habe ich gewusst. Dass da eine Falle ist. Aufheben bitte. Dankeschön. So. Ein weiterer schöner Herbsttag. Ingemeer. Ein schönes Groofel, das gerade aufwacht. Und die Morgensonne genießt. Mhm. Sehr idyllisch. So. Zack. Das nehmen wir auch mit. Und das auch. Ich gehe jetzt absiedel ein bisschen an den Umweg. Ach so. Die Polly war in dem Dorf. Ah. Das habe ich gewusst. Ja. In der Tat. So. Nicht ins Wasser fallen. Dann saufen wir ab. Wir sind nämlich Nichtschwimmer. So. Da ist ein schönes Steinchen. Oh. Da ist ein schönes Steinchen. Komm her. Bam. 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 So. Und hier sind auch noch zwei große. Das passt genau. Das passt genau. Bam. So. Da haben wir noch ein kleines. Da vorne noch ein großes. Hä? Ach so im Dorf ist er nicht gewesen. Ich muss noch ein Stück laufen. Okay. Ja okay. Ich hätte wahrscheinlich den Lift benutzen dürfen. Sollen. Müssen. Hätte ich vielleicht doch zum Glanzhof sollen. Aber ist egal. Ich denke schon wieder zu viel nach. Und tu zu wenig Steine sammeln. Unglaublich. So. Zack. Zack. Und. Bam. So. So. Ich sollte mir vielleicht auch mal wenn ich zukünftig solche Spiele spiele. Mir auf den Notizblock draufschreiben. Wo die Personen denn sind. Ne? Jetzt ist aber die Frage ob ich vielleicht die Karte auch größer hätte machen können mit irgendeiner Taste. Vielleicht wäre das möglich gewesen. Oder ob die Mini Karte Mini bleibt. So. Oh Gott. Die sind ja auch so süß. Die Hirschlein da sind auch. Ist jetzt ja so niedlich auch. Meine Güte. Ja. Genau du. Du bist niedlich. Und du auch. So. Ich bin auf der Durchreise. Bitte nicht nervös werden. So. Die nehmen wir auch mal mit. Oh. Was haben wir da? Ein guter Platz für eine Steinbrücke. Flecken. Baum. Wald. Stein. Brücke. Ja. Geht's nicht. Geht aber noch nicht. Aber den Ton nehme ich mit. Aber ich könnte. Warte. Ich könnte es ja mal probieren. Der hat jetzt was verlangt. Habe ich die Quest nicht schon? Ich glaube schon. Warte. Stein. Flack. Dings. Dara. Das da. Ähm. Steinbogen. Steinsäulen. Drei. Machen wir mal die Steinsäulen nach Möglichkeit fertig. Konstrukt. Dings. So. Das Set brauchen wir mal. Dann Scheitelstein. Da. Da brauche ich das da unten. Was? Dreimal? Du heilige. Eins. Okay. Da kann man da schon mal bauen. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechse. Sieme. Achte. Neun. Und eins noch. So. Jetzt haben wir da eines. Zwei. Drei. Jetzt geht da einmal. Jetzt geht da einmal. So. Jetzt brauchen wir noch wie viele? Wie viele? noch zwei. Nur. Ja? Nur noch zwei. So. Gut. Das heißt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechse. Ah. Dann eins. Zwei. Drei. Machen wir hier mal. Dann eins. Zwei. Eine Säule. Mörtel fehlt mir jetzt. Dann kann man eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Mache ich schon mal. Mörtel fehlt mir. Futter. Es fehlt. Futter. Wer hätte das gedacht? Wo ist denn die Sichel? So. Ich brauche bitte. Gras. Da vorne müsste irgendwo genügend sein. Von dem Zeug. Irgendwo. Glaube ich. Hoffe ich. Da vorne. Ich sehe es. Lauf Mädchen. Lauf. Ja. Fast hundert Stein hatten wir. Die Betonung liegt da fast. Jetzt ist es schon wieder deutlich weniger. So. Das trifft sich eh gut, dass wir auch ein bisschen Seemlinge kriegen. Von Seemlingen kann man eh nicht genug haben. So. Das Futter sollte jetzt eigentlich auch reichen. Um genügend Mörtel herstellen zu können. So. Also. So. So. Konstrukteur. Einmal. Zweimal. Und ein weiterer Bogen. So. Quest nachschauen. Steinsäulen. Steinsäulen haben wir jetzt genug. Jetzt fällt nur noch der Steinbogen. Und wer hätte es gedacht? Stein ist zu wenig. Also. Steinbogen. Jetzt können wir den Bogen bauen. Zeige ich sicher Säulen dazu. Hundertprozentig. Mörtel. Kopfstein. Scheitelstein. Okay. Ich würde sagen, wir bauen einmal, was geht noch an dem hier. Weil da brauchen wir eh mehr ist genug. Und dann gehen wir wieder Stein sammeln. Wer hätte das gedacht? So. Ach, wie schön. So. Aber da wir hier eigentlich schon sehr fleißig Stein abgebaut haben, werde ich dann vielleicht wirklich mal zum Glanzhof mich bohren und schauen, ob wir dort noch irgendwie vernünftig Stein kriegen. Zack, damit das hier ein bisschen spawnen kann. Glaube ich. Da mal ein schönes Steinchen. Bäm. Sehr gut. Vielleicht da hinten noch ein bisschen schauen. Da wären Einzelne. Da ist noch ein Einzelner. Ui, da kann man es anpflanzen. Ich bin... Das war sehr gut, dass wir hierhergegangen sind. Da ist noch mal. Hallo. Gut, gut, gut. Die Ratzen hier alle. Da vorne habe ich schon wieder was im Augenwinkel. Ich schaue gerade, ob irgendwo noch was zum Anpflanzen gewesen wäre, aber nope. Zack, ich stecke fest. Zack, und bäm. Huch, ich stecke fest. So, geht wieder. So. Was ist denn das da? Haben wir das schon gelöst? Nö, ich glaube nicht, oder? Irgendwie tut sich da eh nichts. Vielleicht muss da eine andere Tageszeit her. Ah ja, die süßen Schweinchen. Da muss ich auch mal eins auf den Hof bringen. So, ich schaue mich da noch mal ein bisschen chaotisch um, in der Hoffnung, dass ich noch was zum Einpflanzen finde. Zack, zack, für die Bäumchen. So. Ah, da haben wir schon wieder was. Da. So, bitte. So, es sind noch neun übrig. Okay. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Wir sind ja eh gerade beschäftigt mit Steinen sammeln. Da könnte er, da würde ich es doch anbieten, das nebenbei zu machen. So, zack, zack, und zack, und der Part ist auch gleich vorbei. Sehr schön. So. Ich weiß, ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt das spannendste Spiel überhaupt. Aber, ich denke mir mal, gerade wenn man mal so eine richtig stressige Woche hat, ist sowas entspannendes hier, sowas ruhiges, mal ganz angenehm. Also, so empfinde ich das, weil wir hatten nämlich gerade extrem viel Arbeit auf der Arbeit. Und da tut sowas echt mal gut. So richtig entspannen, keine Hektik, keinen Stress. Keine Monster, die einen auffressen wollen, von dem man davonlaufen muss oder gerade so besiegen kann. Finde ich da ist das schon mal recht angenehm. So. Das darf ich nur nicht vergessen, vor lauter Suchen, ob was zum Anpflanzen ist, die Steine zu zerdeppern, weshalb wir überhaupt da sind. Zack. So. Von einem Dorf zum nächsten, kann man sagen, ne? Sind wir jetzt gelaufen. Servus. Boah, die hat da einen Stand. Also noch größeren. Also, süße, ne? Wenn du diese Pfannen hier bedienen kannst, sag ich kein Wort mehr. Echt. Klingt so, als müssen sie in Wimblebick dringend ihre Holzfahnen loswerden. Ja, hilft mir nur nichts. Ich brauch's grad nicht. Ich brauch leider Stein. Und zwar sehr viel Stein. Ja. Sehr viel Stein. So. Da vorne hält man wieder eins. Ein Opfer. Ein Steinopfer. So. Zum Anpflanzen ist irgendwie nix. Bam. So. Dum, 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 dum. Da, 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 da. Da sehen meine Eugern was. Zack. Rein damit. Acht sind noch übrig. Okay. So. Schön anpflanzen. Waren wir hier schon mal? Muss sein, nachdem hier schon sa- Äh, achso, das sind sowieso Palmen. Ich nähe mal stark an, die werden hier sowieso wachsen. Nehme ich mal an. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Oh doch, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir mussten hier sein. Ich glaube schon, darüber konnte man nicht, oder? Oder doch? Ich glaube, da waren wir hier irgendwie so eine große Qualle, oder? Oh ja, und der Part ist zu Ende. Na gut, dann wenden wir den Part mal. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.